So, jetzt haben wir ein bisschen Geld. Yield. Okay, wir haben noch Geld für den Motor. Kellnerwünschen. Storz. So. Los! Boah, Alter. Wie das Ding abgeht hier. Ohne Wheelspin. Das Ding hat, äh... Wie ist das hier? Oh, wie hieß denn dieser Modus, wo die so schnell starten können hier, die Autos heutzutage? Namen vergessen. Launch Control, so hieß das genau. Aber der macht das auch so stehen. Der macht das noch nicht mal, ohne seine Dinge anzuheben. Alter, das ist mir zu schnell! Durch die Straßensperre. Das hatte ich noch nie, dass ich durch die Straßensperre gefahren bin. Immer daran vorbei. So, wir fahren und tanken, ist mir jetzt zu rasant hier, ey. Wenn wir mal zum Stillstand kommen. Komm, jetzt tanken. Er hat sich überlegt, wie viel er tanken muss. Deswegen hat es geleckt hier. Boah, Alter, wie wir... Ja, genau. Die Polizei kann mich... ...an der Tankstelle. Das ist hier, äh... ...das ist, äh... ...neutrales Land. Da kannst du mich nicht an Gesetzen festnageln. Scheiß Polo. 6N. Verzieh dich. Hier kommt da ein Lamborghini. Hau ab! Mann, ihr seid alle so dumm, ey. Ohne Witz. Bäh, bitte, bitte. Und da ist der Mercedes-Fahrer. Ah, Alter. Na, da kommt ja schon die Straßenwacht. Na, alles klar. Na, hi. Bist lange nicht mehr gesehen. Tankst du mich nochmal voll, bitte? Das hättest du ruhig mal machen können, du Arsch. Ich bezahle die Club-Dinger nicht umsonst hier. Ein ADAC-Club. Mann, du Scheiß-Mercedes-Fahrer hier. Denkst auch, dass du Vorfahrt hast. Ich komme mir gar nicht klar auf der Autobahn. Ich hätte gedacht, auf der Autobahn ist es nicht so anstrengend mit dem Auto. Aber das ist ja übelst anstrengend. Hallo. Mich schlechter es hier von in der Ecke zur anderen. Hau ab. Die Straßenwacht muss gleich nochmal kommen wegen mir, ey. So. Nein. Das machst du nicht. Okay, wir fahren trotzdem nochmal tanken hier. Entweder der Polizist verhaftet mich jetzt gleich nochmal. Und tschüss. Keine Chance, oder? Keine Chance, oder? Huuu. Oh Gott. Du hast keine Chance, wenn ich gleich hier links stehen muss, wegen Totalschaden. Ja. Na klar. Na klar. Komm, die zwei Busse, die müssen die Straßensperre machen für mich. Okay, da ist 6N-Fahrer hat mir geholfen. Komm jetzt. An der Polizei vorbei. Alter, wenn die mich jetzt gleich überholt, dann weiß ich es auch nicht mehr. Dann muss ich mir ein Polizeiauto kaufen. Und kein Lamborghini mehr. Ey. Der erste Scheiß-Polizei-Wagen. Nein. Also das waren die Action-geladenste Autobahnen, die ich in Autobahn-Raser 1 je gefahren habe. 120.000 Mark. Vielleicht holen wir uns erstmal Reifen. Vielleicht holen wir uns hier Reifen. Ja, mit Reifen fahren soll sich lohnen. Aber die bringen mir eh nichts, weil die Räder drehen sich eh nicht. So. Komm mit neuen Reifen hier. Bam. An euch vorbei, ihr Lutscher. So. Jetzt wieder ein bisschen konzentrieren. Ihr wollt ja hier auch ein bisschen Pro-Skill sehen. Oh. Wie ich das gemeistert habe. Bin beeindruckt von mir selbst. Oh no. Ist eigentlich voll lustig hier, wie ich mit meinem alten... Mit meiner alten Tassatonen-Maus zocke. So, ne. Da fühle ich mich wieder wie im Jahr 2011. Was ja erstmal nicht wenig klingt, aber es sind sieben Jahre, ne. Und bremsen und einlenken und Vollgas und... Oh Gott! Ah, ah! Ich hätte gerne einen Opol in Blau, bitte. Und nicht in Silber. Ich hätte gerne eine Kamera gehabt. Hier so eine In-Game-Kamera. Damit ich sehen kann, wie die CPUs dort springen. Das interessiert mich die ganze Zeit schon immer. Schon seitdem ich ein kleines Kind war. Gucke ich nach unten links. Denke mir, boah, du hast einen fetten Vorsprung. Zack, springen sie sich wieder vor. Und ich mir denke, hallo. Ich will sehen, wie das geht. Hier jetzt zum Beispiel. Hier, zack, vorgesprungen. Boah, jetzt stelle ich mich eigentlich gar nicht so dusselig an, ne. Das ist hier eine Tankstelle. Da kommen wir mit quer rein hier. Nur 50 Kans rückwärts. Hallo. Da kommen sie ja entspannt vorbeigefahren der Mercedes. Der hat einfach keine Chance. Deswegen denke ich, okay, dann fahre ich nach SDVO. Nein. Da wollte ich mal cool sein und das im Slide nehmen. Die scheiß Kurve. Jo, alles klar. Straßenwacht. Totalschaden. Hier. Ach komm, ich provoziere das jetzt hier raus. Hier, komm. Bayblade. Komm. Ich bin noch zweiter. Nur da der Mercedes ist soweit. Hat einen Vorsprung. Okay, den holen wir uns jetzt. Alter, du scheiß LKW. Kannst du dich mal entscheiden? Hi. Und vorbei an dir. Okay, den Blitzer habe ich natürlich nicht erwischt. Blitzer brauchst du eh nicht erwischen. Ich fahre mit einem Lambo-Mann. Was sind denn da Blitzer? Nichts. Ich fahre so schnell, dass das Bild ist verschwommen. Ah, ich glaube, das haben sie mal getestet. Das ist, ab wann das Bild verschwommen wird. Bis 250 ging es, glaube ich, noch. Ohne Probleme. So, hier haben wir jetzt das Ziel, wenn ich mich nicht recht irre. Ne, noch nicht. Scheiße. Wieder zum Affen gemacht. Doch, hier ist es doch. Naja, geht doch. Yeah. Ja, na klar. Boah, ich schwitze. So anstrengend ist das Spiel. Wollen wir uns Turbo oder ABS? Eigentlich, eigentlich würde ich schon sagen, wir brauchen ABS. Hey, Berlin-München, da sind wir Berlin voll aufgetunt. Und da zeige ich euch noch einmal, wie das Ding im Leicht fährt. Weil es ist einfach nur, Leicht ist einfach nur viel lustiger. Es macht auch viel mehr Spaß. Alles stehen gelassen, außer die hinter uns, die kommen natürlich hinterher. Und so macht man die Kurven übrigens, ne? Hau doch mal ab! Oh, hier hat sich das ABS schon ausgezahlt. Oh, hier. In der Kurve einfach bremsen, das bringt es. Tanken. Wir verbauten unser Turbo, weil wir es können. Okay, uns hat noch keiner überholt, sehr gut. Hallo, in der Tankstelle ist offen. Seht ihr hier? Vor allem, die heben hier aufs und dann oben steht nur noch 20. Was ist denn das, ey? Da kannst du für 10 Meter so schnell fahren, wie du willst. Boah, da ist das geil. Noch geiler wäre es, wenn wir leicht wären. Aber so kannst du wenigstens Tokio Drift nachspielen. Tokio Drift Autobahn-Style. Autobahn-Raser-Edition. Ich hatte ja mal ein Video gemacht, ne? Let's Play Autobahn-Raser-Dimmy-Style. Das ist was Dummes. Die Idee kam vom KM7 übrigens, ne? Das Video ist auch schon steinalt, ey. Hier habe ich auch häufig in den Foren gelesen. Ja, hier gibt es irgendeinen Wald, dort soll man reinfahren und dann hast du ein super Auto und blablabla. Das ist Quatsch. Oh, hört ihr den Motor? Boah, wir heben ab. Oh, die Taktik hat sich gelohnt hier, ey. Ich hebe ab. Okay, jetzt haben wir unser Auto voll aufgetunt. Das Auto brennt, ist aber scheißegal. So. Und starten wir. In einer Stunde haben wir das Spiel zweimal durchgespielt. Aber hey, ich finde das Spiel trotzdem geil. Einmal schwer, einmal leicht. Schwer war wirklich, das war wirklich eine Autonust, muss ich sagen. Das ist wirklich eine Challenge. Für alle Autobahn-Raser-Fans. Boah, Alter, hier. Ich hätte gedacht, schwer gegen den Posten und geknallt hier. Boah, Alter, das Ding geht einfach nur so übersgeil ab, ey. Ich zeige, ich fahre dann noch zwei Runden auf leicht. Immer auf der Autobahn und immer nochmal in Berlin mit dem Ding. Dann seht ihr einen Kontrast dazu. Wie schwer das eigentlich ist hier. Was ich hier gerade mache. Wie. Was für. Was für einen Ehrenscheiß ich hier gerade mache. Hi. Da dreht ich einfach mal um jetzt hier. Ich habe mich gerade gewundert. Wann war der letzte Leck? Genau jetzt war er natürlich. Die Straßenwacht ist doch schon da. Und tschüss. Einmal quer durch Deutschland. Wieder in Berlin. Oh Mann, du Kack-Polo-Fahrer. Bam. Lol. Alter, was war denn das für ein Sogeffekt, was der gemacht hat. So, macht Platz da. Hier ist Überholverbot für euch. So, jetzt wieder für 10 Mark ein Liter tanken, ne. Ja, ja, ich steige ein. Überweisen tue ich das dann später. Eurer Geld hier. Eurer Geld. Tokyo Drift Style. Fuck. Nein. Na gut. Dann holen wir mal die Straßenwacht. Hallo, ich stehe stationär. Ihr könnt mich nicht wegschubsen. Nur nicht mal ein LKW. Hau ab, du scheiß LKW. Oh oh. Die Polizei hat auch gewartet. Anstatt mich festzunehmen, haben sie erstmal ganz legal auf mich gewartet. So. Der erste ist wahrscheinlich wieder der... Der Mercedes. Ne, der Porsche. Komisch. Der macht irgendwie immer das Rennen heutzutage, hä? Porsche Fahrer. Bin ja auch schon mal Porsche gefahren, ne. Müsst ihr mal... Könnt ja bei YouTube eingeben, einen Arm mit dem... Mit einem, mit dem Porsche 911 4S oder so habe ich es genannt, das Video. Oder gebt einfach bei mir im Kanal hier in der Suche einen Porsche oder so. Da wird es auch schon kommen. Da da da. Da da da. Man. Fuck. Polofahrer. Ja, mit einem Lambo ist trotzdem keine... Haben sie trotzdem keine Chance, ne. oh gott ich war hier mitten durch die baustelle und der tankt sogar für mich brauche ich jetzt nicht tanken fahren hätte ich eh nie gemacht aber seid ihr für raser eh da wo die polizei ist bremst ihr ab damit ihr nicht verfolgt werdet wo ist denn der reiz bei euch ihr helden so jetzt hier pass auf jetzt hier auch scheiße egal da kommt sogar der cpu nicht klar so schnell bin ich so wir fahren jetzt wieder raus wir wollen wir weiter rasen hier 3000 mark strafen alter sieger autobahn raser pokal schon der zweite ok danke dass das überspringt